Hallo Leute, da sind wir wieder. So, und wir wollen weitergehen in Richtung Hawk of Curlorn. Da war ich zwar schon mal oben, und das ist schon komplett weiß, aber ich glaube, ich habe ihn noch nicht gecleared damals. Ich müsste, ich meine letzte Wiese selber mal durchschauen, damit ich das weiß, aber scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach wieder hin. So, hier war ja nichts mehr, außer... Stirb, du Blöderbett. Mit einer Fähigkeit. Oh ja, jetzt macht es schon um einiges mehr Spaß. Hoch, 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 immer schnell die Treppe rauf. Hui. Schöne Aussicht. Habt ihr eine XP bekommen davon, aber egal. Da benötigt jemand unsere Hilfe. Ein Wolf. Wo bist du? Wo bist du? Na, da kommt er. So, wir holen uns den Wolf hier. Hahaha, langsam geht's. Was ist hier? Was für ein Ranger? Egal. Jetzt nehmen wir wieder unsere anderen Schäden. So. Jetzt schauen wir mal kurz, ob die Aufnahme eh... Ja, sie läuft. Okay. Rock of Curran ist in diese Richtung und weiter geht's. Also mit der 2er Fähigkeit jetzt funktioniert das sehr, sehr gut, muss ich sagen. 5, Fähigkeit 2, Respekt. Wow. Großer Abgrund, Respekt. Hier sind... Weiter. Warten wir auf meine Fähigkeit Nummer 1. Bist du jetzt da runtergefallen, so was? Ach Gott. Und dann greifen wir an. Hat der jetzt einfach meinen Kollegen getötet? Also ehrlich. Oh, da kommt er zum Glück wieder. Vielleicht kann ich ihn ja... Hm. So kann man ihn auch schnell wieder holen. Ach Gott. Hier bin ich. So. Komm hoch. So, der ist schon... Auf meine Fähigkeiten. Jetzt einen Drank trinken. Noch einen. So, was habe ich bekommen? Die Riesen. Äh, für Rangers. Wo ist ein Gegnerwerk? Schauen wir. Nein, müsste nicht. Äh, World of Conan ist in diese Richtung. Aber ich könnte ihn mal kurz nebenbei... Mein Handy. Egal. Ähm. Weil wir hier drin sind. Ach, falsch. C war's. Genau. Was? Ich hatte doch Flaschen dabei. Ah, schon aufgefüllte Flaschen. Gut. Dann müsste ich das hier... ...so machen können. Life Potions plus 17. Das sind ja schon stärker, ne? Sehr gut. Die brauchen dasselbige. Und bringen nun einiges mehr. Das passt. So brauchen wir noch die alten Life Potions fertig. Wenn ich das nicht schon gemacht habe. Und da vorne ist glaube ich ein... ...etweder ein Wolf oder etwas anderes. Das passt. Ach Gott. Okay, das sind die Posts 1er. Die nehmen wir noch fertig. Das sieht sehr verdächtig nach einem Wolf aus. Wir greifen jetzt noch an. Ja, perfekt. Ah, kommt schon. Ich liebe diese Zweierfähigkeit. Der geht gut los weiter mit der. Ah, von denen hatte ich ja noch genug. Also gibt es jetzt noch so eine Glätztatur. Aber eine mit nicht so starken Boss. Oh, 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 oh. Hm. Ah. Immer noch nicht ganz. Alles geht's. So. Du bist ja immer noch extrem rot. Und du bist ein Freund. Vielleicht schaffen wir uns jetzt was weit. Oh. Ja, ich sollte mich nicht so überschätzen. Sehr aber von Vorteil. Ja, 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 ja. Eine Oga, eine Oga. Oga, Oga, Oga. Alter, wie schnell bist du? Ach du meine Güte. Gib dir gar keine Ruhe mehr. Den Knoll holen wir uns gleich. Du tötest nicht einfach... Ach, tötest du halt Chicken. Nein, du Knolle. Hatte einfach halt Chicken getötet. So. Hier rauf muss ich. Das könnte sich jetzt als schwierig widerweisen, diese blöden Grenzerturen. Aber gut. Das packen wir schon. Wo ist hier ein passender Aufgang? Wenn das nicht knapp war, dann weiß ich es auch nicht. Ah. Den packen wir doch mal weg. Und später wieder raus. Wenn ich es drauf geschafft habe. Wo? Ach Gott, nein. Measel. Ja, so geht's auch. Das ist ohne meinen Kollegen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Und trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie ich hier hochkomme. Ah, so meine Güte. Hier muss ich hin. Ah, das ist hoch. Und dann ist das, Oh. 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 geht doch geht doch aber wie geht es weiter hier können wir noch probieren hier noch vielleicht weiterkomme das sieht aber nicht so unbedingt passend aus außer ich habe es jawohl 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 und jetzt stehe ich wieder an ach du mein alter erst auf die idee kam das mit den glättern zu machen probieren wir die andere seite ist möglicherweise eine bessere hier komme ich nirgends weiter möglicherweise hier ja das sieht doch einigermaßen passend aus oh ja das gefällt mir hoch 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 arbeite dich hoch kleiner krieger und ja weiter geht es nehmen wir mal die andere seite hier na komm na komm um die ecke um so wo und da geht nicht okay also ich weiß nicht ob es einfach aussieht es ist es aber nicht zumindest nicht für mich für andere vielleicht okay dann brauch ich jetzt nur noch hier ein bisschen stamina da klettert er schon hoch fast gleich mal den trank ausrüsten da gibt es sicher woanders einen besseren aufgang aber ich nehme jetzt diesen hier ach du meine güte da gibt es doch Puh geht doch andere 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 zombie 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 und nicht vergessen ich bin ja nicht alleine gut die insect guards sind etwas stark aber ich habe einen allein schaffe ich wenn er weg geht also andere handelt und mit mädchen ist das und noch jemand stärker warst du früher ich krieg so von denen fast gar nichts mehr aber es ist egal es gibt mir nur darum dass ich es mal den boston geschafft habe der insect guard wird schwieriger aber dann schaffen wir auch da unten machen wir die gruppe anders jetzt wasser mal her ok pet wiederholen kurz alles essen die da unten schaffen wir locker ohne probleme irgendwo ist der gardien noch unterwegs der wird eben stärker so na komm steck die waffen weg gut jetzt führen wir so mal kurz das leben auf perfekt sehen wir noch wo die anderen sind das sind zwei sohntote und der boss eben der zombie weiß so nicht was er macht und ist weg noch kurz umsehen ob noch irgendwo noch jemand ist der uns gefährlich sein könnte ich würde sagen wir packen es schon wir fangen an mit die zwei untrutschen und dann haben wir auch den boss ok los gehts und feuer oh 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 Äh, hält zu viel. Aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, langsam. Also, ein etwas starker Kampf, aber... Das kann für eine Zeit dauern. Das kann für eine Zeit dauern. Wenn man was rein kann. Das kann für eine Zeit dauern. Wow. Das war jetzt schon ziemlich knapp. Jetzt habe ich so eine Rüstung und... Der Boss zu benutzen, sorry. Gut, dass ich die neuen Tränke habe. 3, 2, 1 und... Wo geht's auch? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Fast die Hälfte haben wir schon. 2, 2, 3, 2, 1... Tag, 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 tag... Pfff, wie ist das denn nun auch? Ich muss einfach noch nie gegen ein Kopiel von mir selber kämpfen. Ah, ich habe mich verzüglich. Zweierfähigkeit, Zweierfähigkeit, Zweierfähigkeit. Na, die Hälfte haben wir schonmal mehr runtergegabt sogar, daher es geht dahin. Ich verbrauch zwar fast alles an meinen Tränken, aber egal. Und wettel, 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 wettel. Wettel, 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 wettel. Wow! Was zum Henker war das? Dann machen wir wieder so. Einmal Wirbel, 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 Wind. Nein, du Zeug, das ist ja nichts. Neun Tränke habe ich noch. Wettel. Einmal. Wettel. Was ist das? Anstrengend. Sehr, sehr, sehr anstrengend. Wenigstens beschwöre ich keine Doppelgänger mehr von mir. Das ist auch schon mal was jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist schon wirklich nebengeschossen, weil ich es nicht umgehaut habe. Gibt's ja nicht. Und Leid da auf dich drauf. Das Gift. Ach Gott. Ich hasse es. Na ja, warte. Das war der erste Versuch. Nicht überlegt bis zum nächsten Mal, ob ich noch ein Tretten mache. Oder ob ich mir nicht für das dann Unterstützung habe. Also.